Oh, Manno! Hier im Gefängnis sind voll wenig Gefangene, ne? Hier kann man gar nichts machen. Hier ist echt niemand. Ich weiß gar nicht, was ich hier machen soll. Hallo! Hä? Pass mich raus! Hä, wer bist du denn? Alpha Popo! Du siehst total hässlich aus. Ja! Du auch! Ja, was willst du denn? Willst du raus, oder? Ja, natürlich! Hm, aber warum denn? Weil es hier langweilig ist. Ich lasse dich unter einer Bedingung raus. Okay. Du machst alles, was ich sage, okay? Ja, natürlich! Ja, okay, komm mit. Tschüss! Äh! Bye, bye! Nein! Ich hau dich, wenn du sowas machst. Äh! Du kommst jetzt mit. Okay. Hier, wir gehen erstmal in den Essensraum, ne? Und dann wirst du erstmal was leckeres essen. Okay. Mal essen! Ja! God, I'm free! Lucky Blöcke! Alter, Illuminati, Lucky Blöcke! Gib das! Äh! Hör auf! Ähm, was bedeutet dieses Käsegas? Ja, wir werden sterben. Ja, aber ich werde nicht sterben. Du musst aber! Oh-oh! Hilfe! Hilfe! Alter, was passiert hier? Ja! Lol! Ey, was hast du gemacht, du Blödmann? Das weißt du! Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Darf ich ausbrechen? Nee, du brisst ja nicht aus, ne? Wieso? Bye, bye! Ey! Stopp, 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 stopp! Ja! Ich hau jetzt ab! Ja, nee, du haust nicht ab! Ich will aber! Nee, hör auf! Warum? Alter, du sollst nicht ausbrechen! Wieso denn? Ja, guck mal, ich bin hier der Polizist, ne? Ja! Und du bist der Gefangene! Ja, und? Ja, dann musst du doch in die Zelle gehen! Ja, okay, dann geh ich in die Zelle, Mann! Ja! Du Langweiler! Du gehst in deine Zelle, ne? Ja! Und ich werde jetzt hier Lucky Block eröffnen und du kannst nur zugucken! Du auch! Hä, wie? Alter! Kannst du kurz in meinen Raum reinkommen? Ja! Ich habe Bauchschmerzen, bitte! Hä, warum? Hä, was hast du gemacht? Äh, gepupst! Alter, du hast Barrieren gesetzt, wie in der letzten Folge! Kann ich! Jawohl! Ich komme hier schon rein, ne? Und wenn das das Letzte ist, was ich tue! Ich komme hier rein! Hä! Hä! Hör auf, mich zu trollen! Ja! Weißt du was? Du kriegst schon einen Ärger! Wie? Ach, bye, bye! Hä! Haha! Ich kann jetzt mich trollen! Aber das kannst du nicht so leicht! Natürlich! Tschüss! Hey! Was sollte das? Ja! Du sollst nicht ausbrechen! Wieso denn nicht? Jawohl! Guck mal! Da bist doch jeder Gefangene! Und ich kriege Ärger, wenn du ausbrichst! Ach so! Okay! Dann bleibe ich hier! Ja! Komm jetzt mal mit! Wir gehen jetzt mal duschen, okay? Okay! Ja! Hier ist Dusche! Komm mit! Hä! Was soll das? Bye, bye! Das gibt es nicht! Ja, was magst du jetzt? Ja! Typisch dieser Stein, ne? Immer noch den Unfug! Aber ich krieg dich schon, ne? Nein! Hint da her! Ey, du blöd Mann! Oh nein! Ah, hier ist ein Weg! Äh! Ich krieg dich! Ey! Ätschi, bätschi! Ey! Ich komm da schon vorbei! Mach dir da keine Gedanken, du blöd Mann! Niemals! So, ne? Ich würde sagen, hinterher! Kriegst mich niemals! Jawohl! Tschüss! Hey, wieso kannst du fliegen? Ja, ich hab... Guck mal! Ich hab den Place-Helm! Hey, Mann! Damit kann ich fliegen! Ey, du machst... Du machst auch alles zu, du blöd Mann! Darf ich doch! Ich muss hier raus! Ja, aber wie soll ich denn hinterher kommen? Gar nicht! Ey! Was meinst du hier? Du wirst jetzt sofort in die Zelle zurückgehen! Was, wenn nicht? Wenn nicht... Ey! Hilfe! Hehe! Geh! Wo bist du? Ah ah! Ah ah! Ich seh dich! Ich seh dich! Hier kriegst du mich niemals! Ich krieg dich! Wo bist du? In so einem Riesenturm! Hä, was für ein Turm? Oh! Ach, der Turm! Was jetzt, hä? Ja, super! Wie soll ich denn da reinkommen? Kann ich! Ja, aber... Es muss auch eine Möglichkeit gehen, da reinzukommen! Hä? Ich weiß jetzt wie! Bis gleich! Leute, ich will jetzt was von fertig machen, ihr blöd Mann! Alpha! Ja? Ich komm jetzt rein, ne? Äh, äh, kannst du dich? Von oben! Hä, du Schubbler! Ja, ich komm hier schon rein, ne? Wie weit! Du denkst immer, ich komm nirgendwo rein! Aber, da musst du einen ganz großen Fehler! Ach so! Alpha! Ja? Tschüss! Ey! Na, wie willst du jetzt ausbrechen? Äh, weiß ich nicht! Ey, das geht das nicht! Nein! Bleib drin! Das machst du nicht! Weißt du, was da passiert? Äh, äh, äh! Tschüss! Jetzt bist du dran, ne? Du auch! Ah, ah! Du schaffst das niemals zum Schiff! Natürlich! Bye, bye! Ich komme! Hey! Oh mein Gott! Bist du tot? Nein! Ich krieg dich! Alter, hier brennt alles ab! Ja! Wo bist du? Hallo? Hallo? Hey! Wie bin ich hierher gekommen? Ja, jetzt bist du hergesperrt! Aber, wie bin ich hierher gekommen? Ich hab bereit! Du glaubst, ich komme nicht mehr raus, ne? Ja! Aber ich komm... Äh! Ich kann nicht mehr abbauen! Ja, super! Gut so! Jetzt hab ich verloren! Nein! Ah! Alter! Alter! Wer weg von dir! Alter! Ich komm doch gar nicht mehr hoch! Haha! Ja, super! Ja! Äh! Ich bring gar nichts! Alpha! Ja? Jetzt hab ich dich! Oh oh! Komm her! Ich krieg dich! Die Wals! Tschüss! Nein! So Leute, ne? Ich glaube, ich hab diesmal gewonnen, ne? Und Alpha-Stein hat von... Ah! Bum! Hey, was soll das? Alty, ich hab gewonnen! Ja, aber warum denn? Weil ich besser bin als du! Ja! Mando! Ich hab's rausgeschafft! Ich hab dich getrollt! Ja! Aber auch nur in dieser Folge! Ja, ja! Ja, Leute, ne? Ich würd sagen, ne? Wer's euch gefallen hat, schau beim Alpha-Stein vorbei! Bei... Der ist in der Beschreibung verlinkt! Und ja, ich würd sagen, bis zum nächsten Video! Tschüss! Tschüss!